So Büros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute testen wir ja mal das Blättertanz Raketensortiment von Funke. In dieser wunderschönen Schachtel. Insgesamt sind hier drin 10 Raketen mit einer Gesamt-NEM von 200g. Also auch 20g pro Rakete. Sind ja alles Shit-Effekte, aber im Video kam das wirklich schon sehr geil rüber. So sehen die guten Teile aus. Also wirklich auch sehr sehr geiles Design. Hier haben wir auch noch so einen Abschlusskörschen. Und ja, wir werden jetzt auch wieder von jedem Effekt eine testen. Und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und da sehen wir uns jetzt gleich draußen. Wir beginnen mit der grünen. Alter, bis zum guten. So, da geht es weiter mit der roten. So, jetzt die Beertanz in Gelb. So, dann geht es weiter mit der Violetten. Und als letztes gibt es jetzt hier die blaue. Also wirklich die besten Shit-Raketen die es überhaupt gibt. Also wirklich die besten Shit-Raketen die es überhaupt gibt. Ich kann euch noch mal. So, inclus astrology ist das Developer-Rakenter her, also beim Liebibus Roi. Bis zum nächsten Mal.